3 Was geht ab Leute Mein Name ist K1 Ich bin hier gerade in Hard 69 an die er seinen studio und ich wollte auf diesem wege mich bei meinen fans und bei der k1 bedanken dass sie so wunderschön für mich gewartet habe dass ich der beste newcomer bin und deswegen habe ich einen neuen track für euch aufgenommen mit meinem kleinen bruder mit du die durch die nacht und einer anderen wunderschön stimme und was wollte ich sagen ihr habt gehört mich gespielt habt kein problem ich habe wie gesagt nur noch so musik und kein denn und das mehr deswegen video relax muss keine angst habe ich noch nichts mehr okay ist jetzt nett geworden und das ist vielleicht mein speck ich kann es offen man es macht sich spaß man es hat keine geht mal auf die meiste seite von selina matteo yo 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 das ist k1 wenn die greatest soldiers ich grüße euch alle und ich bin der king von myspace er ist guter junge wuschido komisch kann getan er ist guter jungen er ist guter junge womenw und dep stretchen kannst du즘